So meine Damen und Herren, also diese Konferenz habe ich vorher Ihnen auch gesagt gehabt, geht eben nicht nur um den Wiederaufbau der Ukraine, sondern eben auch um deutlich mehr. Es geht um die Frage auch der Zukunft und wie möglicherweise auch durch zukünftige Technologien eben die Ukraine dann auch als ein Motor Europas funktionieren kann. Darüber werden wir gleich nochmal sprechen. Ich wollte Ihnen nur schon sagen, dass wir natürlich weiterhin warten, sollte Robert Habeck nach dem Treffen der EnergieministerInnen tatsächlich noch vor die Kameras treten. Sind wir dort natürlich live und die Pressekonferenz, die ich Ihnen angekündigt hatte, nach diesem Energieministertreffen der Europäischen Kommission, dann auch zusammen mit dem tschechischen Energieminister, weil ja Tschechien die Ratspräsidentschaft inne hat, die ist angesetzt für 16 Uhr. Dann wären wir dort auch live. So, das schon mal als Service. Und jetzt sprechen wir gerne über das, was ich eben schon gesagt habe mit Professor Hubert Zimmermann, Politikwissenschaftler, Experte für internationale Beziehungen an der Philips-Universität Marburg, Herr Professor Zimmermann. Guten Tag. Herr Zimmermann, also lassen Sie uns gerne anschließen an das, was wir eben die letzte halbe Stunde da gesehen haben, diese Eröffnungsreden zum Beginn dieser heutigen Konferenz, zum Wiederaufbau, aber auch der Zukunft der Ukraine. Ihnen ist ja sehr überraschend, dass diese Konferenz jetzt stattfindet, wo der Krieg mitten im Gange ist. Und doch sagt man immer wieder dieses Argument, es muss jetzt organisiert werden, es muss jetzt diskutiert werden. Inwiefern macht das aus Ihrer Sicht Sinn? Das ist auf jeden Fall richtig, weil man kann ja sozusagen die Dynamik der Ereignisse gar nicht vorhersehen. Und es gibt ja eine eindeutige historische Parallele. Und das ist Deutschland und Japan nach dem Zweiten Weltkrieg, wo man eben auch schon während des Zweiten Weltkriegs überlegt hat, wie der Wiederaufbau vonstatten gehen soll. Und die Art und Weise, wie jetzt die Weichen hier gestellt werden, wer dort investiert und wer sich hier beteiligt, das wird natürlich auch für die zukünftige Ausrichtung der Ukraine ganz entscheidend sein. Ja, ist ganz spannend, diese Konferenz. Ich habe das ja vorhin, meine Damen und Herren, auch schon mal gesagt. Sie heißt eben auch Konferenz zur Modernisierung der Ukraine. Inwiefern liefert das vielleicht auch schon einen klaren Einblick, die Ukraine eben dann nach einem Krieg, wann auch immer das sein wird, Herr Professor Zimmermann, auch in die Europäische Union, in Europa viel intensiver zu integrieren? Ja, also das wird auf jeden Fall passieren, weil natürlich die Investitionen hauptsächlich aus dem europäischen Raum kommen werden. Das wird ähnlich sein, wie jetzt nach der Eingliederung der osteuropäischen Staaten in die Europäische Union, nach dem Fall der Mauer. Auch da war klar, wer investiert dort, wer hat da zukünftig Einfluss. Und das waren eben die westeuropäische Industrie. Und das hat da eben auch schon vorherbestimmt, in welche Richtung diese Staaten gehen würden. Und eben nicht Richtung Osten, sondern eben Richtung Westen. Und dann bleiben wir noch bei dem Thema Ukraine im Sinne des Treffens der Energieministerinnen und Energieminister heute. Und die Pressekonferenz, die wir dann ja für in einer halben Stunde etwa erwarten. Diese Diskussion baut ja heute nochmal auf, auf dem, was wir letzte Woche erlebt haben bei dem Treffen der Staats- und Regierungschefs in Brüssel, die sich im Endeffekt nur auf den kleinsten gemeinsamen Nenner da geeinigt haben und gesagt haben, ja, wir wollen gemeinsam Gas einkaufen als Europa zu einem bestimmten Anteil. Und ja, vielleicht wollen wir auch einen Gaspreisdeckel haben, aber so richtig wissen wir das noch nicht, weil das sollen mal die Energieminister just heute diskutieren. Ich habe paraphrasiert. Habe ich das so einigermaßen richtig dargestellt aus meiner Sicht? Ja, das ist richtig, weil man sich eben über die Art und Weise dieses Gaspreisdeckels sozusagen überhaupt noch nicht einig ist. Und weil dieser Gaspreisdeckel eben Verteilungswirkungen hat, die die unterschiedlichen Mitgliedstaaten eben ganz unterschiedlich treffen. Also die unterschiedlichen Staaten sind eben, was die Energiepreise oder den Energiemix betrifft, sehr verschieden aufgestellt. Und hier jetzt zu versuchen, auf die Schnelle sozusagen eine einige Position zu erreichen, das ist sehr schwierig. Und also gewisse Vorschläge würden eben bedeuten, dass es sehr starke Transfers von bestimmten Ländern, die jetzt zum Beispiel Energie über Gasverstromung und so weiter produzieren, Transfers in andere Länder gibt, die eben hauptsächlich auf nukleare Energie oder auf erneuerbare Energien setzen. Jetzt ist es so, meine Damen und Herren, wir wissen tatsächlich noch nicht, wir haben noch nichts gehört aus dem Treffen. Womit rechnen Sie? Wird es da heute schon zu einer, ich nenne es mal, größeren Einigung kommen, Herr Professor Zimmermann? Oder glauben Sie, es wird sich noch weiter verschieben? Ja, das würde mich sehr erstaunen. Also wir haben ja jetzt sozusagen, der unmittelbare Druck ist zurzeit jetzt gerade rausgenommen, weil der Gaspreis eben nach unten gegangen ist und die Materie ist extrem kompliziert und ist überhaupt noch nicht durchdacht, was jetzt die einzelnen Maßnahmen für langfristige Auswirkungen hätten. Deshalb würde ich jetzt annehmen, dass die Expertinnen und Experten sich noch sehr viel länger zusammensetzen müssen, um da einen Mechanismus zu entwickeln, der jetzt nicht unvorhergesehene Auswirkungen hätte. Also Obert Habeck ist noch nicht rausgekommen nach dem Treffen. Insofern sage ich an dieser Stelle erstmal vielen, vielen Dank, Herr Professor Zimmermann, dass Sie hier bei uns waren. Gerne.